Wir haben heute Morgen darüber einmal unsere Gedanken gemacht, wie so Sukha und Dukha immer wechseln, das Glück und das Unglück oder Leid. Und die meisten Menschen finden, dass das Glück, wenn man es gut hat, wenn etwas schön ist, das ist selbstverständlich und das kommt mir ja auch zu. Und wenn es dann mal nicht gut geht und wir haben Unglück, wir fühlen uns in der Krise, es ist alles schwierig, dann ist es irgendwie auch ungerecht, dann stimmt ja etwas nicht. Und wir suchen meistens dann Schuldige dafür. Einmal suchen wir dann außerhalb Schuldige, andere Menschen, die irgendwas gemacht haben, versäumt haben oder irgendwas nicht richtig gemacht haben, dass wir also dann darunter leiden, Umstände überhaupt. Es kann ja auch manchmal sein, dass Leute sagen, ja, so die eigenen Triebe sozusagen als die Schuldmacher ansehen. Ich bin nun mal so, ich kann nicht anders. Und manche sind richtig so schön rücksichtslos, ja, ich kann nicht anders, das ist nun mal meine Art. Naja, aber dann merken sie auch, dass sie reinfallen und dass immer irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Oder ich bin so sensibel, mir tut eben schnell alles weh und ich habe dann so Schwierigkeiten. Man ist eben so. Die Frage ist, muss das so bleiben, wenn man so ist? Oder kann man wirklich was ändern? Und dieses Ganze, diese Frage nach Schuld und Nichtschuld und das Glück müsste man eigentlich behalten können, man müsste immer glücklich sein. Ich meine, wir haben alle glückliche Momente gehabt, ob das jetzt irgendeine Erfolge waren oder Liebe oder Anerkennung oder was auch immer. Wir hofften natürlich, dass es so bleiben würde. Jeder Mensch hofft das. Aber zugleich kann es doch immer die Angst einstellen, die Angst, dass es eben wohl doch nicht immer so bleiben könnte. Und dass Hoffnung und Angst eigentlich gerade bei dem, was gerade gut ist, leicht mitspielen. Wenn es uns schlecht ist, haben wir die Hoffnung, dass es wohl wieder besser werden könnte. Oder die Angst, dass es vielleicht noch schlechter würde, dass wir nicht mehr rauskommen aus dem Loch. Auch da ist wieder Hoffnung und Angst, die zusammengehören. Das heißt immer so, dass die Hoffnung so wichtig wäre, Hoffnung auf etwas, das sie uns retten könnte aus schwierigen Situationen. Es ist nicht ganz gut. Es ist so etwas, sich eine Vorstellung machen, aber die hat eigentlich kein Hand und Fuß. Einfach nur glauben, das wird ja wieder besser. Was so im Buddhismus eher angesprochen wird, ist Zuversicht. Nicht einfach hoffen auf etwas, sondern Zuversicht. In der Zuversicht liegt schon mehr Einsicht und mehr vielleicht schon eine Möglichkeit zu sehen, wie es weitergehen könnte. Aber dieses Ganze hin und her im Leben, was wir erlebt haben, heute angeschaut haben, das nennt der Buddha, ja, Loka Dhamma. Und er nennt es, es ist ein Gesetz. Dhamma als Gesetz oder als Bedingung oder als Sache. Es ist eine weltliche Sache. Loka heißt Welt, Dhamma, ja eben, Gesetz, Wahrheit, ist die Wahrheit in der Welt, könnte man sagen. Loka Dhamma. Und er sagt, ja, es ist immer Gewinn, Verlust. Es ist immer wieder Lob und Kritik. Es ist immer wieder Achtung, Missachtung und Glück, Unglück. Man könnte auch sagen Liebe, Lieblosigkeit, die man fühlt. Also wir können es unendlich erweitern. Die eine Seite, die uns gefällt und die andere, die eben schwierig ist. Und er nennt das das Gesetz. So ist es eben in der Welt. Wir sind mal oben, mal unten. Und ich nenne das die Wippe, dass wir auf der Wippe mal oben sind, mal unten. Die muss wieder runtergehen, wenn es oben ist, muss es wieder runtergehen, wenn es unten ist, geht es wieder rauf. Hin und her. Und dieses Spiel machen wir an dich immer weiter mit. Wir leben dann eigentlich in Angst und Hoffnung, wenn wir es nicht durchschauen. Als ein Gesetz. Man könnte jetzt fragen, gibt es eigentlich ein stetiges Glück? Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt glücklich sein? Oder gibt es nur mein momentanes Glück? Gibt es glücklich sein? Und dann fragte mich jemand aus unserem Kreis mal, ja gibt es denn überhaupt unglücklich sein? Gibt es das? Glücklich sein, unglücklich sein. Wir meinen immer, das gibt es doch. Ist es irgendwie ein Ding, dinglich, irgendwo festzumachen, wo dran? An glücklich sein oder unglücklich sein? Woran würde ich das festmachen? Wie würde ich das beschreiben? Es ist doch so, dass wir, wenn wir mal Glück haben oder glücklich sind, es kann ja irgendwas Einfaches sein. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben eine schöne Wohnung, wir sind glücklich darin. Wir können doch dauernd glücklich sein. Und warum schwächt sich dieses Glücklichsein endlich ab? Oder tut es das nicht? Zuerst sind wir doch richtig, vielleicht jubeln wir uns, sind total begeistert von etwas. Und haben wir es? Oder ist der Zustand so? Dann wird der Mittezeit immer weniger, immer weniger, immer weniger. Das ist wahrscheinlich die Gewohnheit. Ich weiß nicht genau, das kann ja Gewohnheit sein. Und dass wir so irgendwie das Gefühl haben, dieses Glücklichsein nutzt sich so ein bisschen ab. Wir brauchen immer was Frisches, was Neues, damit wir glücklich sind. Es muss was Besonderes sein. Dann kann man glücklich sein. Wenn es einfach nur das weiterhin ist, warum sollte ich denn glücklich sein? Wenn wir einen netten Partner, eine nette Partnerin gefunden haben, erst sind wir begeistert, sehr herrlich. Dann sind wir zehn Jahre mit ihm zusammen. Das ist vielleicht noch ein bisschen Zufriedenheit oder ich weiß nicht, was noch da ist. Aber so ein jubelndes Glück ist meistens gar nicht mehr so da. Könnte ja auch da sein, ist aber meistens nicht. Warum nicht? Man ist schon so lange mit demjenigen, man kennt alles, man weiß alles von dem. Ja, dieses große Glück, was so begeistert, das braucht immer wieder neue Nahrung. Und die suchen wir uns dann eben. Und es ist auch so, wenn wir etwas haben, ich glaube, es kommt noch was anderes dazu. Wir werden nicht mehr gefordert. Wir müssen nicht für etwas einsetzen, für etwas. Wir haben es ja schon. Und das verliert dann an Wert, an Gewicht. Wir müssen uns einsetzen für etwas. Wir müssen was tun. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen alles Mögliche. Dann wird etwas wieder wertvoller, weil wir unsere Kraft hineingesetzt haben oder unseren Geist oder unseren Körper oder was auch immer. Wir müssen eine Aufgabe haben. Das Glück alleine zu haben, ist keine Aufgabe. Dann stellen wir uns manchmal die Aufgabe, dass wir es festhalten wollen. Und das ist schon das Schlechteste, was wir machen können. Geht nämlich gar nicht, weil es sich ja sowieso in sich ändert. Weil es sich entzieht irgendwo. Auf dieser Lebenswippe geht es immer um Wollen und Nicht-Wollen. Ich will etwas haben, ich will ja wieder Glück haben und ich will kein, auf dem Abstiegsast, ich will das natürlich nicht, hin und her haben wollen, behalten wollen, nicht haben wollen, ändern wollen. Und immer die Angst, dass ich etwas wieder verliere, was ich gerade habe, ist die Angst. Und dass Dinge eintreten könnten, die mir unangenehm sind, ist die Angst davor. Und die Schwierigkeiten zu sehen, ja, man kann sie sehen als Bedrängnis, als Bedrohung, man kann sie sehen als Aufgabe. Und gerade heute sagte mir jemand, meine Großmutter sagte immer, wenn ich das richtig weiß, den Leid oder Unglück öffnet uns eine neue Tür, war das so oder war das anders? So ähnlich? Dass sie immer, und die Alten wussten das auch, dass sie immer aus dem Unglück eigentlich eine neue Möglichkeit wieder entsprang. Irgendwas Neues, wir waren gefordert, wir waren aufgefordert. Und man kann nicht so im Gewohnten so weitermachen. Und dann sieht man, aha, ich könnte mal ganz anderes tun. Oder wird gezwungen sogar dazu. Und das, so eine neue Initiative setzen, ist ja eben heilsam. Man sieht etwas, und wenn man möglichst einen heilsamen Ausweg sieht, und den auch geht, ist natürlich ein Schritt vorwärts in das Heilsame, in die Entwicklung. Es gibt ja von Rückert dieses Gedicht, was ich gerne mag, und ein bisschen wirkt, so ein bisschen verdreht, ist aber sehr richtig. Was Heil uns bringt, ist Unheil nicht zu nennen. Und jedes Unheil bringt uns Heil, wenn wir es erkennen. Und es geht um das Erkennen. Wenn wir das Unheil erkennen, bringt es uns wieder Heil. Wir sehen den Zusammenhang, und wir erkennen auch in diesem Auf und Ab das Gesetz, das weltliche Gesetz. Und da sehen wir vielleicht, aus dem kommen wir mit dem weltlichen Blick nicht heraus. Wenn wir immer nur das eine wollen und das andere ablehnen und von Angst in die Hoffnung fallen, von der Hoffnung in die Angst, immer hin und her, dann kommen wir nicht raus. Aber wenn wir es wirklich erkennen, das ist in der Welt, ist es grundsätzlich so, und wir sind keine Ausnahme darin, und wir durchschauen diese Sache, dann sehen wir es mit einem klaren Blick vielleicht, und können erkennen, ich kann es nicht ändern, ich kann mich aber nicht immer in die Angst oder in die Hoffnung hineinwerfen, denn das sind nur Vorstellungen. Das sind Zukunftsvorstellungen. Es könnte ja so werden. Oder hoffen, ich hoffe, dass es so wird. Und die Angst, hoffentlich wird es nicht so. Und nach der buddhistischen Lehre sieht man die Dinge so, wie sie sind. Jetzt, hier, und nicht in der Zukunft, sondern so ist es jetzt. Und dass alles dem Gesetz der Veränderung grundsätzlich unterworfen ist, dass es sich ändern muss, weil das ein Lebensgesetz ist, dem wir alle uns nicht entziehen können. Die Dinge können sich nicht entziehen und wir selbst nicht diesem Gesetz. Wir können nur sehen, wie der momentane Zustand oder Umstand ist, diese Sache, und wir können auch sehen, jetzt ist sie so, aber sie wird sich auf jeden Fall ändern. Und manches, durch das Phänomen der Änderung, kann ich ja auch selbst eine Änderung herbeibringen, kann ich selbst es machen, dass es sich ändert. Selbstverständlich. Und dass dieses Gesetz der Veränderung einmal, aber auch das Gesetz, dass wir nur im Jetzt leben können, beides ist gleichzeitig. Wir stehen im Jetzt, in dem Augenblick, und wir wissen, dass jeden Moment sich etwas verändert. Aber das zu erkennen, das hebt die Angst auf. Ich weiß, es ändert sich. Es hebt aber auch diese illusionäre Hoffnung auf, sondern schaut genau hin, was ist jetzt und was kann ich tun. Und das ist gesund und das kann man eben mit einem klaren Blick nur machen. Der Buddha, die ganze Buddha-Lehre oder der Buddha-Weg ist ein Entwicklungsweg. Und das Erste ist eben, dieses Erkennen, so ist es jetzt. Und keine Angst, aber auch möglichst keine Hoffnung, indem sie ihn aufkommen lassen. und dann schauen, ob es gut ist für mich oder meinen spirituellen Weg, was jetzt gerade ist, ob ich etwas Neues tun kann und ob es keinem Menschen schadet. Also ob es nicht unheilsam ist. Und was kann ich für meine gute Entwicklung tun? Das ist ganz wichtig. Für meine Entwicklung und nicht mehr für das gerade angenehm ist oder unangenehm ist. Wie kann ich es in dem Sinn ändern, dass es zu einer heilsamen Entwicklung wird? Vielleicht muss ich manches akzeptieren, vielleicht muss ich, wenn manchem mutiger ist, wirklich ändern, hinschauen, was ist dran und was ist heilsam. Und da brauchen wir nicht immer nur auf der Wippe zu bleiben, oben mal unten, sondern wir sind dann nicht begeistert und wieder ganz unten im Loch und hängen fast in der Depression auf und ab, sondern wir sehen klar und damit reguliert sich das etwas. Es geht nicht mehr so ganz hoch, es geht nicht mehr so ganz runter. Mit diesem Blick des Erkennens reguliert es sich. Wir sind zwar noch nicht in der Mitte, das wäre im totalen Gleichmut, sondern wir sind im Erkennen und sehen, ja, es geht hoch, es geht wieder runter, aber das ist eben richtig so, weil das ein Gesetz ist. Das Spiel dieses Auf und Ab des Loka Dama geht weiter. Das hört ja nicht auf. Aber ob wir wirklich mitmachen, alles, das ist unsere Sache. Und ich habe da auch ein Wort gefunden, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, jede Krise hat nicht nur ihre Gefahren, sondern auch ihre Möglichkeiten. Und ich glaube, wir alle waren schon mal in der Krise und in der Krise selbst ist es sehr schwierig und trotzdem sind wir ja wieder rausgekommen und haben wahrscheinlich die Möglichkeiten gesehen und sie auch erfasst. Etwas draus gemacht aus den Möglichkeiten. Von Theodor Sturm habe ich ein kurzes Gedicht gesehen, der sagt es in anderer Weise. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere sagt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Wollen wir den Buddha auch noch mal zu Wort kommen lassen? Das sagt ja auch was immer dazu. Beim Muka Linda ist das aus dem Udana. Glückselig, wer durch Buddhas Wort belehrt. Da ist das Glück. Befriedigt, also glückselig, wer durch Buddhas Wort belehrt, befriedigt weilt in Abgeschiedenheit. Das tun wir in dem Schweigen. Glückselig, wer stets liebevoll verkehrt mit aller Welt, frei von Gehässigkeit. Glückselig, wem kein weltliches Begehren und keine Sinnenlust den Frieden stört. Das höchste Glück jedoch wird dem gehören, bei dem der Ich Wahn ganz hat aufgehört. Dann sagt er noch darunter, magst du auch Sinnenglück und Glück des Himmels finden. Viel größer ist das Glück, den Drang zu überwinden. Meine Triebe, mein Drang. ist kurz, aber es reicht. Mir. Wir sind doch alle ziemlich müde, wie ich merke. Und dann ist es auch richtig, dass wir auch hier ist noch eine Frage gewesen, aber was Zuflucht ist, aber ich glaube, das werden wir da so gegen Ende nochmal richtig besprechen, weil wir dann so eine Zuflucht auch machen. Aber es ist richtig zu fragen, weil nämlich gerade Vollmond ist. Und bei Vollmond wird immer wieder Zuflucht genommen. Und das ist deswegen, weil eben der Buddha im Vollmond im Mai unter dem Bodhi-Baum die Erleuchtung erlangt hat, die Befreiung vom Leid, das volle Erwachen, wie man es auch nennt. Der Buddha heißt ja bloß der Erwachte, heißt nichts anderes. Und da das so etwas Großartiges ist, dass er auch die Lehre gefunden hat und es anderen weitergeben kann, wie es gemacht werden kann, diese Leidbefreiung. Darum feiern wir das natürlich. Und das war vor 2500 Jahren und es ist auch erstaunlich, dass diese buddhistische Lehre ziemlich klar und wir nehmen an, ziemlich echt doch bis zum heutigen Tag überliefert wurde. Und das haben wir wohl den Mönchen zu verdanken, besonders den ersten, die es nicht aufgeschrieben haben, sondern die es alles auswendig im Kopf hatten. Diese Tausenden von Lehrreden wussten die auswendig und bin bewundernswert. Aber ich rate allen, mir selber und allen, nicht ganze Lehrreden auswendig zu lernen ist ein bisschen viel, aber kurze Sprüche auswendig zu lernen. Sie helfen einen immer wieder mal, wenn man sich etwas so vorsagen kann, wenn man ein bisschen außer sich gerät, dass man dann ein gutes Wort wieder findet für sich selbst. Und Zuflucht ist, dass man an diesem Tag dann nochmal weiß, ich möchte zu der Buddha-Lehre Zuflucht nehmen, das heißt, ich möchte Halt an der Buddha-Lehre finden und ich weiß, dass sie mir hilft und ich halte mich daran, ich halte mich auch an den Buddha als das Prinzip der Erleuchtung, dass das auch in mir selber vorhanden ist und ich halte mich auch an die Menschen, die diesen Weg gehen und auch an die, die schon erleuchtet sind und die sich bemühen darum, das ist eine gute Stütze für meinen Weg und daran kann ich mich orientieren und auch halten und sie helfen mir auch und das nennt man dann Zuflucht. hat man bestimmte Formel ich nehme Zuflucht zum Buddha als meinem Lehrer ich nehme Zuflucht zur Lehre als meinem Weg und ich nehme Zuflucht zur Gemeinschaft der Menschen, die diesen Weg gehen. Das ist dann die Zufluchtnahme und die wird eben oft in Pali gesprochen und ich habe sie auch mitgebracht und auch vervielfältigt, dass wir dann vielleicht ab morgen, wenn auch Vollmund ist, mal alle die Zufluchtformel sagen, rezitieren, das ist sehr schön. Es ist beruhigend, es ist so sicherheitgebend, ich weiß, da ist Wahrheit, das ist richtig, kann mich daran halten. Das ist was sehr Wichtiges, dass man sich daran hält und gerade wenn man diese Wippe so kennt, auf, ab, auf, ab, das ist es nicht, weiß man dann. Das gibt mir nicht die Kraft. Wenn ich oben bin, falle ich ja wieder runter, wenn die unten kommen, wieder rauf, hoffentlich und so hin und her, sondern etwas, was wirklich wahr ist und wo ich weiß, die Entwicklung geht da Schritt für Schritt weiter und ich falle nicht ständig wieder runter, sondern es und es bringt mir ein inneres Glück, eine innere Zufriedenheit, eine innere Kraft, dann habe ich etwas, ja, was meinem Leben Sinn gibt. Das ist ein ein das ist ein das ist das ist das ist ist das